Der Hamburger Mieterverein vertritt seine Mitglieder in zahlreichen mietrechtlichen Fragen sowie bei wohnungspolitischen Belangen. Unter anderem kämpft die Vereinsgemeinschaft gegen Umwandlungsspekulationen, drängt auf den sozialen Wohnungsbau, ist an der Erarbeitung des Hamburger Miet- und Betriebskostenspiegels beteiligt und bekämpft vermeidbaren Umwelt- und Nachbarschaftslärm. Werden auch Sie Mitglied im Hamburger Mieterverein der starken Hamburger Mietergemeinschaft.